Haben Sie konventionelle Musikstunden mit passiven Schülerinnen und Schülern satt? Überlegen Sie ständig, wie Sie Ihren Unterricht aktiver gestalten können? Haben Sie Schwierigkeiten, Songs auszuwählen, die Ihre Schüler motivieren? Dann checken Sie jetzt ein! Kommen Sie mit uns auf eine Reise in die Welt der Musik. Ihr praktischer Reiseführer, Musikaktiv, lädt Sie ein. Erleben Sie ein reichhaltiges Püquet verschiedener Kulturen, Stile und Epochen. Eine riesige Auswahl beliebter Songs mit Möglichkeiten zum Musizieren im Klassenzimmer. Mehrstimmiges Singen, Begleitvorschläge für Klavier, Gitarre und Rhythmusinstrumente, Bewegungsanleitungen, Body Percussion und Improvisationsvorschläge. Die Aufbaureihen Musikaktiv ermöglichen den Jugendlichen den direkten Zugang in die Welt der Töne, Rhythmen, Wegung, Klänge, Stimmen, Instrumente und musikalischen Gestalten. Durch selbstständiges und angeleitetes Kennenlernen, Üben, Ausprobieren und Zusammenfügen von Bausteinen, Lernen und Entwickeln die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 grundlegende Fertigkeiten im musikalischen Können, Wissen und Gestalten. Vor allem aber auch Freude am eigenen musikalischen Schaffen. In erster Linie gibt es keine Lernkommentare, wo man zuerst muss mühsam längere Zeit lesen und sich einarbeiten, damit man überhaupt das Lernmittel versteht. Es ist so aufgebaut, dass es selbsterklärend ist. Das, was man in den Titel schon ausmacht, aktiv, Musikaktiv. Also die Schüler können wirklich von der ersten Lektion weg immer aktiv selber machen. Es ist so konzipiert, dass man eigentlich immer in Gruppen etwas arbeiten sollte und dann sollten die Gruppen der ganzen Klasse miteinander das vorstellen, so gesehen, ob sie es richtig gemacht haben oder wie die anderen in welchem Stand das sind. Also sie können wirklich die Musik selber erleben. Das ist unheimlich wertvoll. Sie machen es mit Begeisterung. In den Bereichen Rhythmus, Bewegung, Gesang und Klassenmusizieren können sie die Fertigkeiten ihrer Lernenden mit komplexeren Aufgabenstellungen herausfordern. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Musikaktiv macht es so speziell, weil es mega viele moderne Lehrer dabei hat, wo wir ja Jugendliche alle kennen und darum auch gerne singen. Das macht extrem viel. Das gibt mega viel Motivation, überhaupt in den Singenunterricht zu gehen. Musikaktiv macht es so speziell, weil es mega viele moderne Lehrer dabei hat, kombinieren Sie Elemente aller erarbeiteten Bereiche und entwickeln Sie Neues. Musikaktiv ist ein Lehrmittel, das von Leuten gemacht ist, die Oberstufenerfahrung haben, die wissen, was auf der Oberstufe braucht. Musikaktiv ist ein Lehrmittel, das von Leuten gemacht ist, entspricht vom Ton her, vom Arranging her, entspricht dem, wie man es auf der Oberstufe kann anwenden. Auf musikaktiv.ch finden Sie zahlreiche Filmclips und Audiodateien, die Sie nutzen können. Die methodisch-didaktische Ausrichtung der Aufbaureihen berücksichtigt zentrale Anliegen des Lehrplans 21. Musikaktiv ist ein Lehrmittel, man hat Arbeitsheft dazu, es ist ein Setting, man hat Begleitmaterialien, man unterstützt einen Verlag, der es verdient hat und man weiss, man hat etwas in der Hand, das umsetzbar ist, mit der Schulklasse an der Oberstufe. Alle unsere Studierenden sind immer unterwegs mit der Musikaktiv und es funktioniert. Musikaktiv ist ein Lehrmittel, das von Leuten gemacht ist, Treten Sie ein in die Welt der Musik mit Musikaktiv. Musikaktiv ist ein Lehrmittel, das von Leuten gemacht ist, in die Welt. Musikaktiv ist ein Lehrmittel, das von Leuten gemacht ist,